Und damit moin und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe mir wieder ein paar freshe Arma-Sprüche ausgedacht mit der Hilfe von Mika. Plus geht raus. Ansonsten noch eine Sache zu sagen und zwar ist der erste Link in der Beschreibung ein Dude, der mit tatsächlich ein paar freshe Panels für meinen Twitch-Kanal erstellt, also ein paar Overlays und so weiter. Wenn ihr Bock habt, das mal auszuchecken, wenn ihr an sich noch ein paar Panels für euren Twitch-Kanal oder für YouTube oder was auch immer braucht, könnt ihr den gerne mal auschecken. Erster Link in der Beschreibung. Zweiter Link wäre mein Twitch-Kanal, wo jetzt dann die Panels verbaut sind, könnt ihr auch gerne mal auf Twitch auschecken. Ich bin eigentlich fast daily live. Plus geht raus, wir schaffen immer Arma-Sprüchen. Wir fangen an. Oh, shit. Here we go again. Okay, die es gibt mir. Yo. Hallo. Ich bin tatsächlich Dichter und Schräg-Schräg-Denker. Das würde ich dir an der Stelle mal eine Frage stellen und zwar Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Wenn du mir nicht deine Nummer gibst, dann sag ich jetzt hier ciao. Ciao. Äh. Hä? Das ist normalerweise nicht immer mein Ding. Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Gibst du mir nicht deine Nummer, dann schlage ich dich grün und blau. Ich bin tatsächlich Dichter und Schräg-Schräg-Denker. Guck mal, nehmen wir mal an, wir gehen so auf den ersten States. Ich sag so, hi. Ich bin Max. Hi. Und ich sag so, du sagst so, hi. Ich habe auch einen Namen und du sagst so, cool. Vielleicht, dass du einen Namen hast. Und dann sag ich so, Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Gibst du mir deine Nummer, weiß ich, wo ich meinen P*** ist verstaue. Ist gut? Ja, ist gut. Würde ich so machen. Oha, warte mal, seid ihr ein Couple? Wir sind Stiefgeschwister. Also ein Couple. Stiefgeschwister, ja. Ihr seid ein Couple, oh mein Gott. Man könnte euch also tierisch auf Brothers finden. Ja. Okay, ich such mal, ne? Kurze Frage und zwar, kannst du essen? Ab und zu? Also ja. Kannst du gehen? Wohin? Gehen. Kannst du einfach gehen? Bist du, sitzt du im Rollstuhl? Nein, du kannst gehen. Okay, top. Wollen wir essen gehen? Okay. Ja, wer von beiden jetzt? Beide. Oh, Baby, ihr Triple. Oh, habe ich beide? Ja, Stonks, geil. Ich hole dich ab, ne? Aber alles zu. Ja, ja, ich kann gut kochen. Szena. Ich mache da einfach so, klar, okay? Okay. Nackt kochen oder was? Ob ich nackt koche? Ja, natürlich. Wie soll ich denn sonst kochen? Ja, cringe. Ja, cringe, der angezogen kocht. Und das soll es soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da. Gerne mal, wie gesagt, meinen Twitch-Kanal und den ersten Link in der Beschreibung aus checken. Beides gerne machen, das wäre süß von euch. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder bei einem neuen Video. Kuss geht raus. Ich erwarte euch am Sonntag in der Uploadbox und abonniert einfach.